Das wäre nicht gut gewesen. Und haben wir, oder? Naja, nicht ganz. Nicht ganz, wir müssen hier rüber. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, hier ist das Hotel. Lass uns hier drüber springen. Irgendwie, wenn er es macht. Ist hier eigentlich was drüber? Hier ist die Signal Area. Ah, ja, ja, genau. BP manchmal nicht. Sky Bridge Key, ich dachte das war hier im Hotel. Weil hier auch die Sky Bridges hast. Aber wir müssen hier durchrennen, dann gerade über die Straße. Dann sind wir schon da. Aber pass auf, wir hatten da vorhin auch da vorne einen Strom. Uh, von rechts. Das hört sich nach dem Sniper an. Da ist einer zu weit rüber gerannt. Träubel. Naja, aber da kann jetzt ja kommen irgendwie. Hier ist der Bewegung. Oh, er erzählt. Ja, das ist meine erste Zeit. Bitte, nicht schreien. Ja, mein Freund. Du hast Weapons? Du hast Weapons? Er rennt weg, oder? Er rennt weg, nach links. Er hat irgendwo gegengetreten. Okay, lass unser Ding durchziehen, ne? Wo ist Sven? Wenn der uns jetzt in den Rücken schießt. Der Hund ist so. Ah, ich bin tot, ja. Genau das hat er gemacht. Das dumme Schwein. Don't shoot. Hier, aus dem Fenster. Aus dem Fenster hat er raus geschossen, ja. John, pass auf! Ja, lauf weg! John, John, lauf weg! Lauf weg! Lauf weg! Alles gut, hab überlebt. Okay, hast du ihn umgenietet? Ja, ich hab ihn umgenietet, ja. Okay, okay. Was hat er denn davon? Don't shoot! 5-7 hatte der. Arschloch. Wie ist der bei dir? Brilli. Ja, das ist er. Die dreckst du auch. Don't shoot, verstehst du? Deswegen... Ja, gar keinen Metron. Ja, ich hab auch... Selbst wenn ich's wollte, könnte ich's gar nicht, weil's technisch jetzt gar nicht bei mir umzusetzen ist. Deswegen, ich will das auch gar nicht hören. Die sollen alle eins auf die Fresse kriegen, oder ich, mir ist scheißegal. Wer best ist das? Guck ich mal, wo Benji liegt. Hinter so nem Transporter. Ach, hinter so nem Auto. Oder nem Auto, ich weiß gar nicht. Ja. Ich schmeiß mal dein Zeug bisschen weg. Das ist lieb, danke. Nimm die Signalfackel mit, wenn ich ihn mit hab. Okay. Ich glaub ich hab gar keine mit. Wir kommen sicher gerade. Du hast ne PP19, ja doch, du hast ne Signalfackel mit. Mhm. Da können wir direkt raus. Der Mann hat noch nicht mal Zeit zum Essen gehabt. Ne. Liegt alles im Dreck. So, wir müssen jetzt gerade rüber, John. Okay. Let's go. So. So, da in den Kaffeeshop rein. Links, links. Ich geh vor. Was wollen wir? Jetzt müssen wir mal lauschen. Jetzt sind wir glaube ich auch schon... Ne, ich glaube wir müssen noch eins weiter machen. Ich muss mal auf die Map gucken. Oh, ne Lampe. Ja doch, hier kann man weiter auf. Mhm. Na hier zur Bau wieder auf da. Das muss? Aber hier kann man aufmachen. Open. Und dann müsste das hier der Schlüssel jetzt sein. Hier gegenüber. Okay. Aber dann ist der Benji nicht dabei mit den Flüssen, ne? Ne, wir haben doch noch einen Schlüssel. Ne, ja. Ja, genau. Warte. Ansonsten. Warte mal. Ja, unten. 10. Egal, scheiß auf jeden Fall ist ein Scaf. Ah, ein Scaf. Oh, warte, ich schieße aber nicht da rüber. So, jetzt wird's kritisch. Machen wir uns zu das Brett. So, jetzt müssen wir's mal gucken. Fotos. 1000 Fotos. Wir sind dann jetzt... Ach, der zeigt uns jetzt den Weg hoch. Ah, okay. Ist ja easy. Wir sind ja schon drin. Ja. Das war's, oder? Haben wir die Quest erledigt? Easy. Wie ist die? Ballettliebhaber? Ne. Doch, Survive and Extract. Genau, das war's. Ja, wir sind noch raus. Mhm. Oh, schön. Ja, jetzt können wir kurz hier mal so ein bisschen rumfliegen. Oh, rubberbending. Okay. Alter, ich komm hier nicht voran. Klimafstreet. Komm, wir nehmen Benjis Fackel und machen uns zur Klimafstreet raus wieder. Let's go. Warte, ich geb dir was hier. Mhm. Warte, ich geb dir einen Golden Star. Warte, ich geb dir einen Golden Star. Ich pack's mal in den Rucksack. Irgendwer da. Mhm. Was, bist du gleich wieder da, oder bist du wieder da? Also gleich wieder da, wahrscheinlich erst weg. Salbe er sich. Oh, T.S. Mhm. Mhm. Danke schön. Bitte. Oh. Besuch da draußen. Ich seh'n, ich seh'n. Hinter uns auch. Oh. Oh, fuck. Was machst du? Außer seh'n gerätet. Fress. Das ist gut. Wenn wir rüber haben. Gehen wir dir gegenüber? Gerade rüber. Gerade rüber. Gerade rüber. Aber, ja. Wir haben, ja. Ja, hier. Wär ich da. Wir haben, ja. Gerade rüber. Ja. Ja, ja. Ja, da ist das. Ja. Das war ein Käffspieler. Er ist hier die linke Seite, da kommt einer hinter mir, hinter mir, da kam der gerade genossen war, da muss ich mich ein bisschen healen, jetzt müssen wir zwei sein, pass auf nicht, dass wirklich einer hinter dir kommt. Ja, da müssen wir uns ein Pinkeler reingehauen. Zurück. Lippe. Geh hin. Da ist er ins Haus reingerannt, da wo ein Benji, von dem er kam. Erschossen wurde. Oh, da steht er. Hast du ihn? Nee. Du bist mir genau vor das Gewehr gelaufen. Er sitzt hinter so einem Pfeiler, push ihn den Hund. Hab den. Nein, noch nicht. Hast du noch nicht? Nein, letzter Schuss. Ja. Hoppen, 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 hoppen. Nice, 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 nice. Jo, ja, doch. Wenn er den noch überlebt hat, der war gut. Aber da waren zwei auf jeden Fall gewesen. Ich muss auch mal rein. Ich bin hier vor der Tür. Ich bin hier am Treppenhaus irgendwo. Ich bin hier am Treppenhaus irgendwo. Oh, nein. Ich dachte, wir schießen auf dich, Alter. Nee. Mich hat die Ordnung ins Kläft zusammen gefackelt. Scheiße. Wo hat denn der mich gesehen, Alter? Ich muss zu dir jetzt schon. Ja, komm. Du bist im Nachbarzimmer. Ach ne, du bist ja draußen. Ich bin hier jetzt nicht gesehen. Ich muss mich zusammenflicken. Unbedingt. Sonst. Was ist denn das? Was ist denn das? Oh, na. Hör doch mal auf mit der Scheiße, Mann. Rapperbending. Du auch? Du läufst auf der Stelle, John. Alter. Die mich hier versorgt. John, was ist los? Oh, John hat Disconnect wahrscheinlich. Oh, 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 ja. Die sind bitte. Oh, Mann. Ich muss mich ja flicken. Ich kann ihn nicht mal großartig beschützen, Mann. Ich kann ihn nicht mal großartig beschützen, Mann. Gott, ich flicke mich schnell zusammen. Du. Er sagt auch nichts mehr im Discord. Nee. Drill ist aber noch. Ja. Hör doch nicht. Nein. Ich hatte irgendwie einen kompletten Disconnect. Hallo? Ja, ja, ja. Du läufst auf der Stelle, Alter. Komm rein, komm rein, komm rein. Ich muss wieder zurückconnecten. Ich hab mich komplett rausgeschmissen. Ich hab mich komplett rausgeschmissen. Ey, mach keinen Scheiß. Ich bin ja noch halb tot. Ich hab mich noch nicht mal geflickt. Komm rein. Nein. Ich kann nicht. Ich muss noch kurz drüber neu starten. Scheiße. Ich hab ihn erstmal verscheucht. Das ist schon mal gut. Alter, Mann. Jetzt komm rein hier in die Drecksbruder. Ja, 30 Prozent. Oh, hier kommt ein Schlüssel. Ne, ja. 90 Prozent. Was dauert der jetzt denn so lange? Was? Was? Ich bin da. Was? Ich sehe nicht. Ich bin da. Okay. Rein. Ich muss mich erstmal flicken. Pass auf, hier läuft einer rum. Oh, vorne rennt was. Okay. Fuck. Makazin leer. Nein. Der hat Hits kassiert, Alter. Für den Feinsten. Da ist noch einer drauf. Ich stehe hier drinnen, heldenmutig am Fenster. Ich schaffe mich auch mal kurz mal rein, sonst wird das ein langer Platz hier sein. Ey. Was? Pass auf, die könnten in jeder Zeit durch die Tür kommen. Du bist doch da. Klär's das dann. Ich muss erstmal nachklippen. Ich höre auch movement wieder. Ja. Hat keiner von dem Kriegsdach dabei? Was hat er? Irgendwas zum heilen dabei gehabt? Einer von den Leuten hier. Ich kann dir was hinschmeißen. So einen Scheibenkäse. Ja. Den Cheese. Warte. Schönes Visier drauf, Matze. Käse kommt. Hm, so ein Monster. Ah, Monster. Ja, cool. Hier, warte. Oh. War schon heldenhaft. Wer hat er? Wollen wir gleich weiterfen an der Stelle oder wollen wir... Ja, kann man machen. Da haben wir meistens in rechts, in rechts, in rechts, in rechts, in speed. Ich muss mir nur vom Skiff die Waffe holen, ich hab keine Momente. Okay, da muss ich schon dabei sein. Okay. Jetzt nochmal nochmal die zwei Steps. Wo dann müssen wir? Na, eigentlich müssen wir geradeaus. Okay. Auch so lange wie die Typen hier rumlungen. Ist ein bisschen schwierig, ne? Ich glaub der kommt hier an der Ecke. Ist ein Mate, komm. Einen hab ich. Gut, ich pushe die von hinten. Ich bin jetzt wieder drin. Ich bin jetzt wieder drin. Alles klar. Ja. Das bist du? Ja, ja, das bin ich, das bin ich. Okay. Ist nach oben gegangen, oder? Weiß ich nicht. Das hört sich an wie im Nachbarzimmer. Ab ihn. Okay. Nice. Na dann, happy Loot. Ey Leute, du bist ein Monster. Ich hab einfach getappt. Ich hab den ganz zufällig gehittet. Okay. Geil. Ja, einer M1 dabei. Nimm mich. Nimm mich. Tot ist tot. Was ist doch jetzt hier? Diese Knall-Area. Ja. Oh, nicht. Er hat's mir auch noch nicht gesagt. Ah, jetzt. Na ja, dann können wir gleich nochmal rein. Geilzeit. Danke, Benj. Du hast ein gutes Spiel. Danke. War eine gute Runde. 5000 EP. 5000? Oh, ich hab plus 3, 4. Aber ist okay. Pasch. Ein Spiel habe ich noch mitgenommen. Hab ich nur ein Spieler erschossen? Ich dachte, der hätte zwei erlegt. Geilzeit. freed Gewinnen. Doch!